Hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spiele-Partys mit mir, The Maxi. Wir sind auf einer ganz neuen, unbekannten Insel auf Lesbos. Und wir starten gleich einmal mit einem Todessprung. Bam! Ah, wir sind ja gar nicht gestorben. Nein, weil wir Cassandra sind. Hui! Okay. Hätte ja sein können, dass das Wasser hier mehr und tiefer ist als gedacht. Egal. Wir wollen jetzt hier das Artefakt, da ist noch ein Aussichtspunkt. Ich glaub zu dem wollte ich auch eigentlich, oder? Ja, zu dem wollte ich eigentlich. Naja, egal. Ähm. Ja, wir werden jetzt mal sehen, wo uns die Aufgaben hinführen. Wir müssen ja das Artefakt noch für Atlantis holen. Und ich habe in der letzten Folge schon eine Vermutung angestellt. Es könnte sich durchaus um Medusa handeln. Das werden wir, denke ich, gleich erfahren. Hallo, guten Tag, guten Tag. Ich... Ich nehme das mal an. Hallo! Wie geht's dir? Eine Söldnerin! Oh, danke Götter! Hilf mir, bitte! Schweig, Schlange! Was ist hier los? Wir führen diese böse Kreatur der Gerechtigkeit zu! Sie leiden an Verfolgungswahn und glauben, ich hätte Ligea der Kreatur im Wald geopfert. Züge deine giftige Zunge! Dieser wandelnde Fluch ist im Bund mit der Schlangenhaarigen! Mhm. Sie sieht einfach nur verängstigt aus! Bitte! Diese Kreatur entführte Ligea! Wenn ich sterbe, wer rettet sie? Wer ist Ligea? Okay. Ich rette Ligea und töte jede Kreatur, die mich aufzuhalten sucht. Was sagst du da? Sie wird dich zum versteinerten Tempel und in deinen Untergang führen. Okay. Prävent ist eine Ligea. Sie ist so anmutig und schön, dass es keine Worte gibt. Eine Tochter der Artemis. Mutig, nicht wie ich. Welch dunklen Preis bot die Schlangenhaarige für ihre Seele. Der Typ. Okay. Was ist das für eine Kreatur? Böse. Herzlos. Unbegreiflich. Wir müssen das Mädchen töten, bevor sie die Schlangenhaarige zu uns führt. Chill mal. Der Wald, in dem die Kreatur haust. Wo ist er? Jenseits des versteinerten Tempels. Nördlich von hier. Es ist ein dunkler Ort, der von Schatten heimgesucht wird und wo es verfluchte Steine gibt. Cool. In seiner Mitte befinden sich Ruinen. Von dort kehrten nur wenige zurück. Ja. Da will ich hin. Sollte diese Kreatur Ligea am Leben gelassen haben, ist Eile geboten. Folge mir. Vorsicht. Sie werden von Angst angetrieben. Das Mädchen kommt mit mir. Und ihr geht mir besser aus dem Weg. Sie hat dich mit Sprüchen verzaubert, Soldnerin. Ach komm. Bürger. Wir müssen die Stadt retten. Und die Eindringlinge müssen sterben. Versteck dich im Tempel. Ich erledige das. Ja. Kriege ich hin. Okay. Das sollten wir mit Leichtigkeit schaffen. Ja. Jetzt mal ehrlich. Was sind das für Dummköpfe, oder? Und nochmal. Der Typ war als erster Tät. Der, der am wenigsten Rüstung halt auch anhat. Haha. Ach so. Ich könnte eigentlich mal meinen krassen Schlag hier sagen. Das war einfach. Mensch. Das war Verschwendung. Okay. So. Na. Ach komm du Depp. Oh. Der verbrennt. Hoppala. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch nicht. Dass der jetzt auch noch verbrennt. Uah. Kassandra. Mensch, Mensch, Mensch. Das war ja einfach. Aber, aber hier sind noch... Moment. Hier. Ich hab noch andere Quests, Leute. Ja. So ist es nicht. Erstmal der Punkt. Dann die Quest. Und... Wollen wir jetzt wirklich schon zu Medusa? Ich schau erst mal, was es noch so gibt. Krass. Vielleicht führt uns ja alles irgendwie dorthin. Und vielleicht können wir dann alles so ziemlich in einem Ruck erledigen. Na? Okay, Kassandra kann nicht mehr klettern. Jetzt. Jetzt, Leute. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ja. Oh, synchronisieren. Her damit. Her damit. Ja, ja, ja. Yay. Da ist unser Schiff. Da ist unser Adler. Da ist die schöne neue Insel. Und da werden wir jetzt viele schöne neue Abenteuer erleben. Wuhu. Aber ich will jetzt nicht ins Wasser springen. Leute, verzeiht mir, dass ich jetzt nicht den Sprung mache. Aber dann dauert es wieder so ewig, bis ich an Land bin. Das muss nicht sein. So. Zu den Quests können wir jetzt hier richtig chillig laufen. Perfekt. Da ist auch eine Schmiede. Entschuldigung. Moment. Da können wir unser... Wir verkaufen nur die besten Waren. ... verbessern. Moment. Ah, das will ich nicht verbessern. Ich will meinen Kopfschutz verbessern. Was ist er denn? Hier. Den will ich verbessern. Tadaa. Tadaa. Und wo wir schon mal dabei sind, kann ich doch auch meinen Bogen noch mal besser machen. Tadaa. Tadaa. Nur zur Sicherheit. Oh, jetzt ist er legend... Der war vorher schon legendär. Ich weiß. Fertig? Dann auf Wiedersehen! Ich bin fertig. Hallo, Duda. Was ist los? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Freund Galanus sollte mir eine Ladung seltener Kunstwerke bringen. Aber er kam nicht. Ich befürchte das Schlimmste. Oh oh. Mein Freund könnte noch leben. Warum schickst du keinen Suchtrupp los? Hab Dank, Fremde. Ich halte an der Hoffnung fest, solange es geht. Vielleicht hast du etwas Erfahrung darin, Dinge zu finden. Ja, genug. Es kommt darauf an, wo sein Schiff herkam. Er stach in Makedonien in See. Wenn du hilfst, meinen Freund zu finden, kannst du die Kunstwerke behalten. Ah, okay. Ich kann nichts versprechen. Die See ist groß und hungrig. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich anfange. Jaja. Hoffentlich kann mir die See mehr verraten, als du mir sagen konntest. Okay, wir schauen jetzt mal, wo das ist. Hm. Wo ist das? Riecht da was? Da. Okay, es ist auch ein Stück weit von hier entfernt. Ich sollte in der Sturmfallbucht im Nordwesten. Ja, ja, gleich. Ein mürrisches Gesicht kann nicht nur vom Fischgestank kommen. Warum sollte ich nicht mürrisch sein, hä? Mein nichtsnutziger Sohn ist mit meinem Boot davon gesegelt und sollte vor Stunden zurück sein. Wahrscheinlich will er dieses Mädchen aus Mytilene beeindrucken. Hm. Okay. Er hat vermutlich nur die Zeit vergessen. Ich bin sicher, er kommt irgendwann zurück. Wir sind viel zu nett, oder? Natürlich kommt er irgendwann zurück. Aber ich brauche ihn jetzt. Diese Fische entschuppen sich nicht von selbst, weißt du? Sag, hast du Zeit für einen Botengang? Such nach meinem Jungen in der Bucht, die das steinerne Tal und die uralte Perle umgibt. Mhm. Und wenn du ihn findest, erschrecke ihn, um ihm eine Lektion zu erteilen. Ich bezahle dich dafür. Okay. Ich mache es. Gut. Das klingt einfach. Du findest ihn und ich geb ihm das Fell. Ja. Genug geredet. Ich gehe und finde deinen Sohn. Genau. Ja, mach das. Ich bezahle dich. Und dann werde ich meinem Sohn das Fell über die Ohren ziehen. Ja, der wird sich freuen. Danach kommt er nicht mehr heim. Okay. Ja, der ist mir. Der ist auf jeden Fall mir. Dann suche ich mal die Fischerbucht. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das ist auch die Richtung, wo wir dann hin müssen, um die Kunstwerke zu wollen. Hallo, guten Tag, guten Tag, hallo. So. Phobos ist natürlich mitgekommen, auch wenn wir ihn auf dem Schiff nicht gesehen haben. Er hat sich unter Deck versteckt. Kann sogar wirklich sein. Die Pferde werden wir ja nicht überdeckt transportieren, wenn wir die Pferde zum Transportieren haben. So. Na dann schauen wir mal. Und spring! Nein, lieber nicht. Könnte gefährlich werden. Wir wollen Phobos ja nicht verlieren. Da ist die Bucht. Ja, da werden wir ihn sicherlich finden. Komm schon! Hm, hier lang. Okay. Was das hier immer alles so bergig ist. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist die Fischerbucht. Na. Na los. Und da ist auch der Sohn, der keinen Bock hat, Fische zu entschicken. Alphatier. Ganz ruhig. Okay. Bleib mal lieber hier oben. Ja. Wer hilft was hier? Nikaros? Ah, da kommt schon was. Ach, das ist ja nur ein Hai. Okay. Okay, da komme ich noch nicht ran. So ganz komme ich nicht ran. Oh, hat er den Junge gefressen? Das wäre natürlich jetzt sehr ungünstig. Da ist das Fischerboot. Aber wo ist der Sohn des Fischers? Ich würde mal fast schätzen, im Hai. Im, am, um. Könnte ich mir echt vorstellen. Da ist Blut im Wasser. Ja, ich habe gerade den Hai getötet. Nicht so gut. Okay. Wir gehen jetzt mal wieder hoch an die Oberfläche. Oder schwimmen. Dann schauen wir mal auf dem Boot nach. Das ist natürlich nicht so toll. Ne, das Kommando will ich nicht über... Okay, ich muss hier mal schauen. Es bringt halt auch nicht viel. Wenn ich ihn im Wasser finde. Der Sohn des Fischers. Oh, hoppala. Der Sohn des Fischers. Sieht aus, als hätte er sich im Netz verfangen, als er eine schwere Ladung Fischer an Bord ziehen wollte. Er fiel und das Gewicht des Netzes zog ihn runter. Toll. Okay. Okay. Das jetzt bisschen... Ungünstig würde ich mal sagen. Aber das Boot nehme ich mal mit. Das muss er nicht hier auf dem Wasser treiben. Ach, na toll. Das hat er sich bestimmt nicht dabei gedacht. Dass der Sohn nicht mehr leben könnte. Aber muss ich sagen, habe ich jetzt auch nicht gleich dran gedacht. Ich habe wirklich gedacht, wir finden den hier. Der hat gerade wirklich die Zeit vergessen. So, jetzt möchte ich noch... Romantik im Gespräch mit der Frau... Nein. Nein. Da war doch... Ja, das ist definitiv Atlantis. Okay, okay, okay. Da war doch noch eine Fischerso... Ja. Okay. War doch in eine andere Richtung. Ein bisschen jedenfalls. Ah, da wartet Phobos noch. Sehr schön. Hallo Phobos. So. Weiter geht's. Na los. Ah, du solltest nach... hin... Okay, hätte ich dich auch gleich mit runter nehmen können. Naja, egal. Jetzt habe ich ihn auch so mit runter genommen. Och, nö. Komm ich jetzt hin, nicht hoch mit Phobos. Okay. Ich rufe dich, wenn wir oben sind. Das ist das Praktische. Irgendwie fliegt er dann hoch. Ich glaube ja. Der ist eigentlich ein Pegasus. Und der kann fliegen. Weil, wie sonst soll der jetzt hierher kommen? Hm. Na toll. Okay, ich geh einfach mal ein Stück weiter weg. Ich geh noch ein Stück weiter weg. Ah. Da ist er schon nur noch 20 Meter entfernt. Nee. Geht ihr? Komm schon, komm. Wenn man nicht hinguckt, dann ist er Pegasus. Ey, ey. Hoch geht's. Kollege Pegasus. Phobos. Entschuldigung. Los. Ach komm, du kannst doch sogar fliegen. Ich hab's gesehen. Also nicht gesehen, aber ich hab's vermutet. Und da er dann bei uns oben war. Stimmt das bestimmt auch. Das Gute ist, um die Quests abzugeben, können wir dann einfach Schnellreise machen. Und sind ratzfatz wieder... wieder... Oh. Die ist ja gruselig. Oh. Im Ernst. Wie weit muss ich denn... Ah, ich muss da rum. Okay, Moment, Moment. Wir reiten außen rum. Fobos, los! Ne, da außen. Das Gebiet macht mir auch ein bisschen Angst. Versteiner der Tempel. Ja, das ist... Das ist dann die Quest, die wir hier auf jeden Fall für Atlantis brauchen. Keine Ahnung, ob das jetzt das richtige außenrum war. Krass. Der hat sogar Fobos eigentlich. Wir werden jetzt gleich sehen. Ja, das sieht ganz gut aus. Genau. Oh nein, er muss da dann hoch. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin? Kann ja keiner ahnen, dass das auf der anderen Seite von Lesbos ist. Und dass wir da durch Das Gebiet der Medusa müssen. Weil das war alles versteinert. Also es kann nur das Gebiet der Medusa sein. Cool. Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin sooo gespannt. Kennt ihr den Spruch? Bespannt wie so ein Flitzebogen. So gespannt wie man. Ella. Ella, Ella. Ich weiß, das war schief. Ich werde das Singen auf das Nötigste beschränken. Und ja, das sieht doch ganz schön aus. Hier könnte man auch Urlaub machen. Das Gebiet der Medusa liegt weit hinter uns. Oh Leute, ich würde mich jetzt hier an den Strand packen. Das muss die Sturmfallbucht sein. Und los geht's. Die hat ihren Namen wahrscheinlich nicht einfach so. Sturmfallbucht. Tja, ne. Schatz benutzt. Untersuchen. Darf ich mir den Schatz suchen? Ähm, hier Icarus. Oh. Heie, heie. Schatz, Schatz. Okay. Heie krieg ich hin. Ah, da bin ich sogar getroffen. Ah, ich bin manchmal gar nicht so schlecht mit Pfeil und Bogen. Aber nur manchmal. Okay, die Schätze hätte ich diesmal auch locker selbst gefunden. Die waren ja nicht wirklich hier versteckt. Die Haie... Oh, die liegen sogar neben mir. Okay, Sturmfallbucht. Check. Sieben Inventoren, Nina. Ja, mach ich dann. Mach ich dann gleich. Ich muss mich erstmal hier umschauen, den Strand untersuchen. Und mir eine super Stelle suchen, um mein Handtuch hier zu platzieren. Damit mir das keiner weg... Äh... Okay, okay. Ja, was soll ich da noch groß untersuchen? Der Mann ist nicht ertrunken. Er wurde hier an Land erstochen. Ja, also ich sehe da einen Handabdruck. Pobos, kannst du mal... Nein. Und weiter. Uh, oh, 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 oh. Da können wir lang, da können wir lang. Der Volk hier. Oh, eine Blutspur. Jemand wurde zu den Klippen gezerrt. Ja. Na dann, Icarus. Das ist der richtige Ort. Mhm. Hehehe. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Buh, 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 Buh. Uferhöhle. Anführer der Sipp töten. Schatzplümer. Sieht nach den Anhängern des Ares aus. Echt? Oha. Sieht ja wundervoll aus. Richtig einladend hier. Hm. Ein paar Figürchen geschwitzt. Oder geklaut. Lass uns mal hier hochgehen. Nein, ich brauch kein Licht. Ist sicher eigentlich ganz gut. Aber ich werd mich mal hier in den Puschen so ein bisschen verstecken. Wird keiner. Ah, hier ist auch keiner. Schön, dass die hier die Schädel so aufgespießt haben. Die haben unten am Strand ein paar Schädel vergessen. Die, 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 die. Ja, guten Tag. Wer sind sie denn? Hallo, ich bin die Kassandra. Ich werd dich jetzt einfach mal... Dein Ernst. Ich werd dich jetzt mal von hinten aus machen. Oha. Von vorne. Okay. Hm. Hat geklappt. So, der liegt auch schön im Gebüsch. Das sieht man nicht... Das sieht man nicht gleich. Ja, guten Tag. Noch so ein Freiwilliger. Das war jetzt einfacher. Oh, da sind ja noch ganz viele. Oh. Äh, nicht alle in eine Richtung. Nicht alle in eine Richtung. Oh, Leute. Na, immerhin ich bleib verdoppelt. Okay. Okay. Ja, nächster. Kommen die? Kommen die? Sehen die? Hehehe. Hoppala. Da hab ich wohl schon zwei gekillt. Na, das ist also der Anführer. Ja, mal sehen, wer jetzt hier noch langkommt. Ansonsten... Wirklich nicht mit einem Schuss tot. Hm. Okay. Der kommt aber... Schön zu mir. Ja, komm ruhig her. Der ist eine Frau. Dein Ernst. Und... Wow. Was? Die Kassandra. Mensch, das ist ja zeitig mitbekommen. Hey. Das hat eine... Nee. Ein Überlebender. Du hast es hier zu einfach. Hehehe. Bam. Badum. Ja, kriegen wir lockerflockig hin. Du, 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 du. Kein einziges Mal getroffen, als es langsam war. Naja, was soll's. Hallo, guten Tag. Wer bist du denn? Ich warte erstmal noch kurz. Wir können ja erstmal schauen. Na, was ist das? Dachte ich mir doch, dass er noch nicht... Das sind ja nicht alle warm. Erstmal schön vergiften. Und... Bam. Zack. Sehr schön. Was liegt da drin? War das mal einer? Anscheinend. Lass uns erstmal schauen. Was ist denn jetzt hier so schönes? Ah, da ist ein Schatz. So, kam da gerade noch einer? Klang gerade so. Oh, Schatz Nummer eins. Ja, dann finden wir den zweiten jetzt auch noch. Du bleibst am besten mal in deinem Käfig. Da könnte wenigstens erstmal nichts passieren. Außer es zündet jemand den Käfig an. Aber das... Mach wenn, dann nur ich. Anführer ist ja schon kaputt. Ja, damit. Dankeschön. Und wie sieht's jetzt hier oben aus? Ah, hallo. Ja. Na. So leicht macht es das nicht. Ba. Da. Du. Kadu. Und... Das war einfach. Ja. Zweiter Schatz. Anführer gekillt. Es ist jetzt auf einmal dunkler geworden, jetzt da ich die gekillt habe. Und da geht's raus. Ja. Okay, Kollege, jetzt darfst du auch raus. Jetzt ist hier alles soweit safe. Das ist so ein bisschen Gestein. Da darf der jetzt auch mit raus. Oder was meint ihr? Wir können den auch heute drin lassen. Aber ich brauch den für eine Quest. Wir nehmen ihn lieber mit. Vielleicht bringt der uns noch was. Hallo, guten Tag. Du hast endlich frei. Ah. Hey, wo? Da war ich doch gerade erst. Nein, Glück war ich da gerade erst. Der wäre geradewegs wieder in zwei solche Banditen gerannt. Ach, Kollege. Hier liegt einer. So, vielleicht sind wir draußen. Und dann sagst du mir jetzt, wie es weitergeht. Da bin ich gespannt. Wartet da schon jemand? Sieht nicht so aus. Sieht ganz gut aus. Hallo, guten Tag. Guten Tag, hallo. Oh, die haben was geopfert. Ein Schweinchen. Das ist der Wald von Medusa, oder? Hier. Hallo. Bitte nimm diese Drachmen zum Dank. Oh, danke. Ich wollte mich damit freikaufen, aber diese verrückten Malakkes waren nur an meinem Blut interessiert. Okay. Danke. Das war's. Cool. Ähm, was ist das dort? Versteinerer Tempel. Schnellreise, dein Ernst? Ich hab hier erst mal noch eine Questa abgegeben. Aber schön, dass wir dann dorthin schnell reisen können. Das ist schon mal sehr viel wert. Phobos traut sich ja eh nicht in das Gebiet. Da haben wir jetzt die Questa erst mal soweit erledigt. Jetzt müssen wir dem Vater noch schon beibringen, dass sein Sohn gestorben ist. Und dann können wir uns das nächste Mal an Medusa wagen. Da freu ich mich drauf. Okay, jetzt sind wir sicher angekommen. Hoffentlich. Sieht ganz gut aus. So. Da drüben ist der Fischer. Warum hab ich da jetzt schon die Schlangen von der Medusa? An der Adress hier. Also wie konnte ich das freischalten? Sehr eigenartig. Aber okay, ich freu mich drüber. Hallo, guten Tag, guten Tag, hallo. Was Neues von meinem Sohn? Nee. Äh, du hast deinen Sohn in den Tod getrieben. Oh mein Gott. Äh, nee. Dein Sohn ist tot. Ertrunken in seinem Fischernetz. Nein. Mein Sohn. Der arme Junge. Ich war zu hart zu ihm. Ja. Entschuldigung. Krieg ich Geld? Nein, ver Spaß, Leute. War nur Spaß. Oh. Avera, Donesti. Stufe 49. Da schauen wir jetzt mal noch. Ich hab doch jetzt bestimmt Sperrstufe 5, oder? Ja. Aris Schlachtruf. Den hab ich gar nicht ausgerüstet. Was für Höchstleistungsangriffe. Die können wir besser machen. Weil die sind schon ziemlich geil. Gut gerüstet. Oh, das... Na, Moment, nee. Das reicht mir eigentlich grad aus. Schildbrecher. Äh, haben wir lange nicht mehr gemacht. Halte zum Aufladen. Okay. Ah, das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Und haben schon soweit verbessert. Mensch. Äh, Moment, das war... Ich schwöre das Feuer des Hephaestors. Das will ich... Ach so, das muss ich zuweisen. Ja, damit. Das Feuer des Hephaestors. Ich mach's mal auf die 4, Leute. Bam! Neue Stufe. Die Missionen von hier beide erfüllt. Und das heißt, das nächste Mal geht's zu Medusa. Leute, vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Hier im Spiele-Partys. Mit mir sind Maxi. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüß.